Hallo, da sind wir mal wieder, die Nassauer Straße 1. Wir haben heute, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte zum Thema Hund. Und das erzählt euch jetzt Silke mal, was der heute Morgen passiert ist. Also das ist Paco, der hat nichts gemacht, den kennt ihr ja. Das ist unser Agenturhund, ja. Ich habe aber auch zwei, so einen braun-schwarzen und so eine beige-weiße. Und wie das so einer Mama geht, die morgens früh noch das Kind in die Schule machen muss. Wir waren heute Morgen ein bisschen spät dran und dann habe ich mal schnell mein Kind in die Grundschule gefahren, die echt nicht weit weg ist, also so circa fünf Minuten. Seitdem ist mir klar, warum wirklich jeder eine Haftpflichtversicherung für seinen Hund haben sollte. Ich habe so eine Jackie zu Hause, die kann Türen aufmachen. Und die ist heute Morgen auf diese glorreiche Idee gekommen, mir Zeit zu sparen. Und wollte schon mal alleine gassen. Das heißt, sie hat die Haustür geöffnet, während ich nicht da war. Und beide Hunde kamen mir auf der Hauptstraße entgegen. Das war für alle, die das mitgekriegt haben, ein sehr lustiges Schauspiel. Das hat aber auch echt böse ins Auge gegeben. Gott sei Dank sind beide in der Nassau 1 recht gut versichert. Ja, dann kommt einfach mal bei uns vorbei. Wir kümmern uns um eure Fellnase und verkaufen euch die passende Versicherung. Wir haben die Haftpflicht, wir haben die mit OP-Schutz, also alles super, alles bestens. Wir warten auf euch.